Was genau ist jetzt das Problem? Ist doch ganz anders, oder? Ja, freilich ist das anders. Das Grüne ist der falsche Farbton, das passt einfach nicht. Grüner wird's nicht. Stadtwerke haben gemeint. Finanzamt schon zweimal. Als nächstes kommt die Pfindung. Der Pfänd, dein Flugzeug. Wir wissen, was unternehmen, Schorsch. Scheiße. Geschissen. Herr Kempter, Sie machen doch alles nur noch schlimmer. Schatz, du Dämpf, du Däpperder! Ich bin nie. Weg mit dem Frick. Was macht ihr schon wieder? Der spinnt doch. Oh, Scheiße. Na, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, komm, komm, komm. Aus welcher Galaxie hat sie hierher verschlagen, Außerirdischer? Vom Tegernsee. Ich heiß übrigens Philomena. Schorsch. Das ist doch kein Name. Ein Geräusch. Mach dir keine Sorgen. Vielleicht ist das sogar besser so. Was? Bist du reinglücklich, mein Papa? Zum Ort kommt bitte. Nimm mich mit. Bitte. Meine Enkelin sagt, sie seien eine total coole Sau. Was? Und was ist das? Schorsch. Schorsch. Das ist Timo. Also, was der mir alles schon für Schnickschnack installiert hat. So, ja, eine Kamera im Kühlschrank. Kann ich auf dem Handy sehen? Ja, ich hab ja auch kein Handy. Ich hatte schon ganz vergessen, was das ist. Glücklich sein. Jetzt kannst du nach Hause fliegen, deinen ganzen Krempel in Ordnung bringen. Ja, ich production. reluct Also, wenn die in Ordnung holen kann. Das ist ja nie.